Das Video von diesen drei Hamstern ging um die Welt. Eigentlich, schau mal, da sind der erste und der dritte Hamster, die gerade das gleiche Blatt fressen. Nur, dass es einen zweiten Hamster gibt, der ein anderes Blatt ist. Außer, dass, wenn Sie genau hinschauen, etwas Interessantes passiert. Nach ein paar Sekunden ist der zweite Hamster sein Blatt auf. Sie sehen, es bleibt nicht viel übrig. Währenddessen beginnen der erste und der dritte Hamster, sich abzumühen. Da sie das Blatt jeder für sich ziehen, kommen sie nicht mehr weiter und können nichts mehr essen. Und genau das nutzt der zweite Hamster aus. Nachdem er sein Blatt aufgegessen hat, fängt er an, ein wenig nach links zu beißen. Und der erste Hamster versteht das nicht wirklich. Nur, dass er langsam nach hinten rutscht und alles vom Rest des ersten Blattes abfressen wird. Er hat sie gut erwischt. Wunderbar.